Hi Leute, ein kurzer Disclaimer bevor die Geschichte anfängt. Diese Story hat's wirklich in sich und ist nicht umsonst als Not Safe for Work gekennzeichnet. In dieser Story werden Themen behandelt wie Vergewaltigung und sexueller Missbrauch. Für alle, die aus dem ein oder anderen Grund sensibel auf dieses Thema reagieren, würde ich empfehlen, dieses Video entweder zu überspringen oder es zumindest mit Vorsicht zu genießen. Ansehen auf eigene Gefahr. Das Albtraumarchiv haftet nicht für irgendwelche Schäden. Ad schüttete das letzte, was sein gekrümmtes Gemächt zu geben hatte, in die Frau unter ihm. Atemlos und erschöpft, rollte er sich von ihr herunter und richtete seine Augen auf die Decke. Einen Moment lang herrschte Schweigen. Er war dankbar, dass sie nicht redselig war und Ed konnte tief in seine Gedanken nach dem Sex versinken. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? fragte er schließlich, ohne es zu wollen. Denk mal darüber nach, fuhr Ed fort. Tag ein, Tag aus, es ist derselbe alte Scheiß. Gefällt das irgendjemandem von uns wirklich? Es ist alles so sinnlos, so normal. Lucinda schwieg, aber Ed gab ihr sowieso keine Zeit zu antworten. Weißt du, Lucy, ich habe es satt, sagte er. Verdammt, ich bin es mehr als satt. Ich sehne mich nach einer Veränderung. Ich platze aus allen Nähten. Da ist etwas in mir, eine Art Feuer und es will raus. Und wenn es nicht bald rauskommt, dann... Was dann? fragte er sich. Die Antwort kam mit unangenehmer Schnelligkeit. Dann werde ich verdammt nochmal ausrasten. Er ließ die Stille wieder verstummen. Hatte er das gerade wirklich gesagt? Ja. Er konnte es nicht mehr leugnen und nicht mehr zurückziehen. Diese Gefühle brodelten schon so lange in ihm. Aber noch nie hatte er sie ausgesprochen. Jetzt, wo er sie ausgesprochen hatte, war es, als könnte er nicht mehr damit aufhören. Lucinda röchelte ein wenig neben ihm. Weißt du, was ich will? fragte Ed. Wieder wartete er nicht auf eine Antwort. Ich will irgendwo hin. Vielleicht in den Westen. Ja, genau. Das ist es. Kalifornien. Oder Nevada. Oh, verdammt. Nevada wäre so schön. Kilometerlange Wüste. Dort könnte ich meine tiefsten Sehnsüchte ausleben. Weißt du, was ich wirklich will? Lucinda. Lucinda lag teilnahmslos da und sah an die Decke. Er lachte über ihre leidenschaftslose Erscheinung. Na gut, dann werde ich es dir sagen, wenn du so interessiert bist. Seine Augen schwebten zurück zur Decke, wo er die Szenen aus einem Fantasieleben im Westen projizierte. Ich will mir ein Mädchen besorgen. Verstehst du? So wie du. Nur Jünger. Nichts für ungut. Ich will mit ihr einen schönen Abend verbringen. Sie wird es sich später verdienen. Wenn du verstehst, was ich meine. Er stieß Lucinda spielerisch mit dem Ellbogen an, aber ihre Kälte ließ ihn verstummen. Er fuhr fort. Heißt du, ich will sie so richtig schön besoffen machen. Ja, besoffen. Dann lade ich sie in mein Auto und fahre mit ihr weit hinaus in die Wüste. Wir werden meilenweit weg sein, bevor sie überhaupt merkt, was los ist. Er sah Lucinda an und fügte verlegen hinzu. Und den Rest kannst du dir sicher denken. Daraufhin stieß sie einen Seufzer aus. Ach, soll ich dann weitermachen? fragte Ed mit einem Wackeln der Augenbrauen. Er lachte erneut und begann wieder mit seiner Geschichte. Ich will sie auf den Boden legen und ihr mit meinem Messer die Kleider vom Leib schneiden. Ja, ja, die Angst in ihren Augen. Ich kann sie fast sehen, den Schweiß auf ihrer kleinen Stirn. Sie wird in Panik geraten, schreien und sich vielleicht einpissen. Aber es wird niemand da sein, der ihr hilft. Sie wird ganz mir gehören. Und dann werde ich es ihr richtig besorgen. Genauso wie ich es dir gerade gegeben habe. Aber es wird noch besser sein. Sie wird nicht so willig sein wie du, Lucy. Er drehte sich zu Lucinda um und zwinkerte ihr zu. Weißt du, du bist einfach ein zu braves Mädchen. Er hielt einen Moment lang inne, starrte sie an und kicherte, weil es so wahr war. Wie auch immer. Wenn ich fertig bin, fuhr er fort. Dann fängt der Spaß erst richtig an. Ich werde sie ein bisschen laufen lassen. Aber ich werde sie jagen. Storke sie. Ich werde noch mehr Angst in ihr wecken. Es würde so gut schmecken. Ihr mit Angst gespicktes Blut. Ich weiß es einfach. Und dann endlich. Wenn ich sie erwische. Er fuhr sich mit den Fingern über die eigene Kehle und machte ein reißendes Geräusch mit dem Mund. Genau an der Kehle. Ich will sehen, wie ihre Haut grau wird. Wie ihre Augen zurückrollen und... Ja, dann würde ich alles auflecken. Bei der Aussicht auf den salzigen, metallischen Geschmack lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Er erschauderte und seine neue Erektion drückte hart gegen die Innenseite seiner Jeans. Scheiße, ich würde so viel Zeit allein in der Wüste verbringen. Ich würde jede verdammte Sekunde davon ausnutzen. Ich könnte sie sogar da draußen verscharren, wenn ich fertig bin. Ein Seufzer der Frau neben ihm holte ihn in die Gegenwart zurück. Tut mir leid, Lucy. Ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen. Er setzte sich auf und schielte auf die Uhr, die an der Wand hing. Ach, verdammt, sagte er. Sieht aus, als wäre die Pause vorbei. Er schwang seine Beine über die Tischkante und hüpfte hinunter. Lucinda keuchte dabei ein letztes Mal, woraufhin er sich zu ihr umdrehte und lächelte. Weißt du, du bist großartig. Mit deinen kleinen Ausbrüchen ist es fast so, als würdest du wirklich zuhören. Ich mag dich, Lucy. Du bist genau in der richtigen Phase. Die leeren Augen der Frau starrten ihn an, als er ein letztes Mal eine ihrer blassen, hängenden Brüste streichelte. Und? Fügte er hinzu. Du bist ein verdammt guter Fick. Mit einem Seufzer griff er nach dem Injektionsgerät, das auf dem Tresen lag. So, jetzt lass uns aber mal deinen Herzmonitor und das Beatmungsgerät wieder anschließen, sagte er. Du kannst doch nicht den ganzen Mund voller Wichse haben, wenn deine Enkelkinder dich im Heim besuchen kommen. Du kannst doch nicht den ganzen Mund voller Wichse haben.